Hier sehen wir zwei Vibes-Bilder in dem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibes. Bilder von Bitches und Queens. Endlich sind wir zurück. Endlich sind wir wieder da. Hallo, hallo, hallo. Hallo, ihr lieben Podcast-HörerInnen. Ja, ich will eh am liebsten gleich mit meiner Herstory-Biografie loslegen, aber... Da muss ich dich ausbremsen jetzt so ein bisschen. As per usual stellen wir uns gerne kurz und bündig nochmal vor. Ja, mir gegenüber sitzt die wunderschöne, smarte, aufgeweckte, fröhliche und glänzende Vero. Glänzend. Und mir gegenüber sitzt die zauberhafte, sexy, graziöse, entspannte, aufgeweckte Stefanie. Aufgeweckt trifft es heute nicht unbedingt. Du hast das Gleiche zu mir gesagt. Ja, wir sind schon in einer richtigen Herbst- und Winterstimmung. Ja. Ich habe gerade einen Schluck von meinem Ingwer-Tee gemacht. Wie vorhin schon erwähnt, stellen wir hier in unserem Podcast alle zwei Wochen ein Vibesbild, eine Bitch-Queen, eine Frau mit Sternchen vor. Und im Anschluss unterhalten wir uns über ein Thema, das von der vorhergehenden Biografie inspiriert wurde. Ganz genau, ganz genau. Und jede Woche erzählt einer von uns der anderen über ein Vibesbild. Und die, die das erzählt bekommt, weiß vorher nicht, um welches Vibesbild es gehen wird. Genau, die Recherche wird immer nur einer einzigen Person. Aufgebürdet. Aufgebürdet. Und dieses Mal wurde der Vero was aufgebürdet. Mir wurde was aufgebürdet, genau. Aber sie konnte selbst wählen was. Und jetzt will ich es endlich wissen. Ja, und Stefanie ist schon ganz gespannt, braucht nur zu reagieren. Ja. Und im zweiten Teil kann sie dann wieder mitreden, weil ich habe schon gesagt, worum es gehen wird. Genau. Und dementsprechend hat sie da schon ein bisschen eine Ahnung. Genau, hat sich vorbereitet. Ganz brav. Es wäre ja mal wieder Zeit, dass wir uns aus Europa entfernen. Nächstes Mal werde ich das auch tun, ich verspreche es. Aber für diese Folge habe ich Inspiration gefunden, der ich nachgehen wollte. Ja, das heißt, wir bleiben in Europa. Und Stefanie könnte eventuell auch schon ahnen, wo in Europa, weil sie weiß, wo ich jetzt vor meinem Geburtstag mein Unwesen getrieben hatte. Ja, in Den Haag. Richtig. Ich war zum ersten Mal in Den Haag, dem Regierungssitz der Niederlande. Und ich könnte jetzt auch die erste halbe Stunde nutzen, um über dieses kleine Städtchen zu quatschen und zu plaudern. Und die Urlaubserlebnisse mit uns zu teilen. Richtig. Und mich natürlich übrigens auch nochmal bei der Stefanie für mein Geburtstagsgeschenk zu bedanken. Die hat mir ganz tolle Recherche-Unterlagen für unseren Podcast geschenkt. Ja, weil die Vero hat nämlich ihren Geburtstag in Den Haag gefeiert. Ja, quasi. Halb, halb. Also die erste Hälfte des Geburtstags war sie noch. War ich noch dort und dann bin ich nach Wien zurückgekommen. Ja, danke nochmal für die tollen Bücher, die ich von dir bekommen hatte. Gerne, gerne. Die ist lehrend. Das finde ich super. Aber ich werde mich nur einem bestimmten bekannten Ort in Den Haag widmen, dem Mauritshäus. Das ist so ein bisschen die Albertina von Den Haag. Eine Kunstansammlung der niederländischen Blütezeit, wenn man so will. Man darf natürlich nicht außen vor lassen, dass die Niederlande deshalb im 17. Jahrhundert, wo ich uns hinbefördern werde, dass sie eben deswegen im 17. Jahrhundert eine Blütezeit durchmachte, weil sie stark von Sklaverei und der Ausbeutung afrikanischer Kolonien profitierten. Lange wurde es das goldene Zeitalter der Niederlande genannt, weil die Niederlande ökonomisch, künstlerisch, wissenschaftlich, also von der Forschung her, sich zum Zentrum Europas etabliert hatten. Aber die Zeit war, wie gesagt, eben nur für die kaukasischen und auch reicheren BürgerInnen Gold und deswegen bewegt man sich jetzt langsam weg von diesem Begriff, weil es auch die Zeit im Nachhinein glorifiziert. Nichtsdestotrotz bin ich ein Fan der Niederlande. Obwohl sie in der Kolonialmacht waren. Aber wer war das nicht? Genau. In Europa. In Europa waren wir das ja alle irgendwann mal. Ja, ich bemühe mich nur alles ein bisschen in den historischen Kontext zu setzen. Widerliche Weibsbilder. Aber das Mauritshuis ist ein beliebter Touristentreffpunkt, denn dort ist die niederländische Mona Lisa, wenn du so willst. Das Mädchen mit den Perlenohrringern. Ganz genau, ja. Vermehrst, das Mädchen mit dem Perlenohrring zu sehen. Außerdem Rembrandt. Hast du das gesehen jetzt? Ich habe es gesehen, ja. Ich habe sie live gesehen. Du hast sie live gesehen. Die Frau, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Da haben sich natürlich die meisten Leute davor versammelt. Ja. Und von Rembrandt ist dort übrigens auch ein Bild, wo er zwei Sklaven porträtierte. Also er hat es versucht, aber die meiste Kohle hat er natürlich mit anderen Objekten gemacht. Apropos Kohle. Bilder von begabten KünstlerInnen zu besitzen, war damals vielleicht wertvoller als Geld an sich. Also es hat absolut der Norm entsprochen, sich porträtieren zu lassen. Und dadurch gab es auch eine riesengroße Menge an Malern. Absichtlich jetzt nicht gegendert. Dementsprechend viele erhaltene Bilder aus dieser Zeit, aus den Niederlanden und eben auch im Mauritshäus. Umso größer meine Freude, kannst du dir vielleicht denken, im Mauritshäus, als ich um die Ecke bog in den nächsten Raum und mir so ein relativ kleines Bild angeschaut habe. Das war ungefähr, ja vielleicht die Größe meines Bildschirms. Also wirklich von einem Laptop, also wirklich nicht sonderlich groß. Und es war aber irgendwo spannend für mich. Und ich habe es abfotografiert. Ja. Ich zeige das jetzt mal der Stefanie. Ich sehe da eine junge Frau, die in wallenden Gewändern bei Kerzenschein da sitzt und eine Handarbeit vor sich hat und an der herum werkt. Ja, sie stickt. Sie stickt, ja. Und daneben ist ein Kessermann mit Pelzmütze, der ihr ganz... Der hält was in der Hand. Du kannst reinzoomen, ob du das vielleicht sehen kannst. Also auf jeden Fall die eine Hand an ihrer Schulter und in der anderen Hand hat er da eine Münze. Ja, ein paar Münzen hält er in der Hand. Ein paar Münzen, ja. Und der schaut sie da so von der Seite an. Ein bisschen zu nah. Ja, richtig. Ganz genau. Und sie senkt den Blick aber weg von ihm. Genau, sie ist in ihrer... Oder tut so, als wäre sie in ihrer Stickerei vertieft. Und ich habe mir die Mauritz-Heuss-App aufs Handy runtergeladen. Das ist so quasi wie ein Audio-Guide, nur halt quasi zum Nachlesen, wo man eben sich dazu durchlesen kann, was das für ein Bild ist und was dabei steht. Das habe ich bei diesem Bild gemacht und das habe ich mir auch aufgehoben. Und zwar stand da Man Offering Money to a Young Woman 1631 von Judith Leister Aha. This painting is by one of the few women painters of the 17th century, Judith Leister. By the light of an oil lamp, a young woman is bowed over her needlework with her feet on a foot warmer. A man is trying to attract her attention with a handful of coins. He wants to buy her love. But the woman does not respond to his offer and works on undisturbed. She's a model of virtuousness. Also es geht offensichtlich darum, dass er ihr gegen Geld sexuelle Dienste abkaufen möchte. Ich habe von Judith Leister noch nie zuvor gehört. Ich auch nicht. Du auch nicht. Und deswegen habe ich da nachrecherchiert und dementsprechend wird diese Malerin unser neues Vibesbild. Yes. Yes. Cool. Sie lebte zeitgleich mit den zuvor schon genannten Künstlern und gilt als Genre-Malerin des niederländischen Barocks. Das bedeutet, sie hat im Gegenzug zu anderen malenden Frauen dieser Zeit, wovon es nicht viele gab, nicht vorrangig Stillleben gemalt, sondern Personen und Szenen alltäglichen Lebens. Vor allem musizierende Menschen und Kinder waren oft Subjekt ihrer Malereien. Ein Grund, warum Frauen sonst auch seltenst Personen und eher Naturstudien malten, war auch folgender. Es entsprach nicht der Norm, dass sie in Künstlerateliers gehen konnten oder durften, wo Menschen abgemalt wurden. Also das war eben auch so ein typischer Männertreff. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, dass sie als eine der bedeutendsten KünstlerInnen des niederländischen Barocks zelebriert wurde, aber das war nicht immer so. Um die 250 Jahre lang war ihr Name aus der Geschichte radiert. Kein Mensch kannte sie. Na geh auf. Wie so oft. Wie so oft. Heute ist es aber anders und ich darf jetzt mal dir sagen, euch erzählen, wie es denn dazu gekommen ist. Judith Jansleister oder Judith Jansleister, ich bin nicht. Sehr schön, sehr schön, Mero. Wurde 1609 in Harlem geboren und lebte die meiste Zeit ihres Lebens dort. Jetzt haben wir wieder einen Schnapsal-Moment, weil Harlem bereits schon mal gefallen ist, zweimal schon in unseren Folgen. Jedoch nicht im niederländischen Harlem, sondern im Stadtteil von New York. Ja, stimmt, ja. Aber das ist jetzt das Original Harlem in den Niederlanden. Sie war das achte von neun Kindern. Ihre Eltern waren katholische Emigranten aus Antwerpen, die sich hier im protestantischen Harlem ansässig machten. Die Nordniederlande waren protestantisch und etablierten sich als unabhängiges Reich. Die Südniederlande waren katholisch-habsburgisch und ziemlich zerfetzt und deswegen flohen viele wie eben auch ihre Eltern in den Norden. Der Vater war Textilarbeiter, trieb sein Geschäft mit Leinen und Stickereien und irgendwas hatte ihn aber dazu bewegt, die Leinen Leinen sein zu lassen und eine Brauerei zu kaufen und darin zu investieren. Diese Brauerei hatte den Namen Leicester und von daher leitet sich dann der Familienname von der ganzen Rasselbande ab. Also die Familie übernahm den Namen Leicester. Leider, leider hat das mit der Brauerei aber nicht so geklappt und der Vater ging bankrott. Alter. Das erklärt aber vielleicht auch den ungewöhnlichen Werdegang der Tochter Judith, denn fast alle MalerInnen hatten das Handwerk in der eigenen Familie gelernt. Also wenn der Vater Maler war, dann wurden auch die Kinder MalerInnen oder ihnen wurde zumindest das Malen beigebracht. Das war bei Judith aber nicht der Fall. Die finanzielle Notlage der Familie könnte aber die Eltern dazu bewegt haben, den Kindern aufzutragen, sich was Eigenes zu suchen, womit sie Geld verdienen können. Lern was Gescheites, mach Kunst. Widerliche Weibsbilder. Sie kommt vermutlich, übrigens sage ich in dieser Biografie ganz oft das Wort, vermutlich, weil man sich anhand von uralten Dokumenten ihr Leben irgendwie wieder zusammenpuzzeln muss, dass sie ja lange, wie vorhin erwähnt, ausradiert war. Das heißt, wenn du jetzt irgendwann diese Folge hörst und mittlerweile schon ganz andere Entdeckungen zu ihrem Leben gemacht worden sind. Good for you. Aber ich betone noch mal, ich bin keine Historikerin. Genau. Sie kommt vermutlich ins Haus de Reba, wo sie das Malen erlernt. Man geht davon aus, dass sie von ihrem Vater, der ehemalige Textilverarbeitende, neue und schöne Muster für Stickereien gekannt hatte. Und die de Reba waren für große Porträts bekannt, wo auch Stickereien drauf zu sehen waren. Und vielleicht hat ihr das dazu verholfen, dass sie gesagt haben, ja, ich kenne schöne neue Muster und ich weiß auch, wie man das schön aussehen lassen kann. Und dadurch haben sie sie vielleicht in ihren Familienbetrieb mit aufgenommen. Mit Peter de Reba, dem Vater dort, wird sie einmal gleichzeitig in einem Dokument erwähnt, wo sie schon als Malerin gepriesen wird. Da ist sie aber gerade mal um die 17 Jahre alt. Und zwar ist dieses Buch ein Buch von einem Herrn Amtsing, der macht quasi Werbung für die Stadt Harlem und schreibt, die Malereien in Harlem sind so gut, die haben sogar weibliche Malerinnen. Für den Zeitpunkt, wo das geschrieben worden ist, haben wir aber kein erhaltenes Bild von ihr. Das früheste von ihr Erhaltene ist dann zwei Jahre später entstanden. Amtsing schreibt außerdem im Zusammenhang de Reba und Judith Leister. Seht, hier ist noch jemand, der auf gute und genaue Art malt. Wer hat je Hand und Geist stärker miteinander spielen sehen? 1625 zogen Judiths Eltern aus Harlem weg. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass sie mitgegangen wäre. Das heißt, sie hat wohl entweder direkt bei den De Rebas oder bei einem ihrer Geschwister gelebt. Sie malt, wie vorhin erwähnt, vorrangig Bilder, die dem Genre Barock entsprechen. Alltägliche Szenen, also Kinder, die mit einer Katze spielen, Männer in einer Taverne, Musiker. Weil es zu dieser Zeit so viele MalerInnen gab, hatten die sich in einer Gilde organisiert, mit der man sich rühmte und für die man auch einen Mitgliedschaftsbeitrag bezahlen musste. Die dann aber auch im Gegenzug nach AuftraggeberInnen gesucht hatten. Wenn du zur Gilde gehört hattest, warst du wer und konntest ganz gut davon leben, MalerIn zu sein. Judith ist aber vorerst nicht Teil dieser Gilde und jetzt komme ich von ihrem wahrscheinlich bekanntesten Bild zu sprechen, weil sie hier sehr, sehr schlaues Selbstmanagement betreibt. Ich zeige dir wieder dieses Bild. Ja. Ah ja. Das ist ein Selbstporträt. Richtig. Wir sehen hier ein Selbstporträt. Wenn ihr euch unser Folgenbild anseht, könnt ihr das Gesicht sehen. Ja. Es ist ein lachender, offener Mund, der ihr Selbstbewusstsein ausdrückt. Sie zieht dich so in ihren Bann und schaut dich direkt an. Ja. Sie sitzt in ihrem Atelier und malt. In der rechten Hand hält sie einen Pinsel. Rechtshänderin, aha. In der linken gleich einen ganzen Haufen an Pinseln, eine Palette und einen Stofffetzen, um den Leuten zu zeigen, schau, was für ein geiles Material ich habe und was ich alles damit malen kann. Ja. Außerdem trägt sie keinen Arbeitskittel, was in so einer Situation eher nicht der Realität entspricht. Wäre auch ratsam, eher einen Arbeitskittel zu tragen. Sie sitzt da in ihrem vielleicht schönsten Kleid mit Korsett und vor allem so einem riesengroßen weißen Spitzenkragen um den Hals, um der Welt zu zeigen, schau, wie schön ich Spitze malen kann. Ja, stimmt. Und packt das alles gleich mit rein. Das ist ja wirklich eine Bewerbung, dieses Bild. Richtig, ja. Sie macht da echt so ein, das ist meine Webseite, schaut es mich an. Und auf dem Bild, das sie malt, also sie sitzt da vor einer kleinen Leinwand, vor so einem kleinen Canvas, da sieht man einen Geigenspieler und der aber genauso auf einem anderen ihrer Bilder abgemalt ist. Also sie referenziert auf ihr altes Bild zurück. Ah, da ist ein eigenes Zitat. Genau, sie zitiert sich selbst, um quasi zu zeigen, ah, das kann ich auch malen und das habe ich schon gemalt. Und wenn ihr das Bild gesehen habt, dann wisst ihr, das kommt von mir. Ja. Interessanterweise konnte man aber mittels Röntgenverfahrens feststellen, dass dieser Geiger nicht ihre erste Wahl war, sondern sie hatte zuerst den Kopf einer jungen Frau. Das heißt, sich sowas nicht schämt. Es ist witzig, dass du sagst, weil schau mal, wo der Pinsel hin zeigt. Also es gibt KunsthistorikerInnen, die sagen, vielleicht macht sie da ja eh auch einen ganz witzigen, ein Augenzwinkern auf das Bild, weil der zeigt genau auf... Auf Spatzi. Genau, aber sie hatte ursprünglich nicht so einen Geigenmaler geplant gehabt. Sie hat zuerst den Kopf einer jungen Frau skizziert. Vielleicht ja auch den eigenen, also ein Porträt auf einem Porträt. Aber vielleicht wäre das schon zu Meta gewesen oder es hätte zu Arroganz gewirkt, wer weiß. Und ich hätte sich gedacht, okay, das ist mir doch zu Meta, ich lasse das jetzt. Genau. Aber ich finde ja auch, dass sowohl der Gesichtsausdruck des Geigenmalers, als auch wie der seinen Bogen hält, ja auch eigentlich so eine Spiegelung zu ihr ist. Also sie hält den Pinsel ähnlich lässig wie er den Bogen und beide haben so diesen offenen Mund und dieses... Dieses Einladende irgendwie, oder? Ja, genau. Das ist wirklich so... Komm in unser Bild und setz dich zu uns. Wie gespiegelt auch. Cool. Genau, also das ist so ihr bekanntestes Bild heute. Ich mag Bilder beschreiben im Podcast, das macht Spaß. Na, geh auf. Und dieses Selbstporträt um 1830 wird wortwörtlich ihr Meisterwerk, also das Werk, das sie zum Meister macht, woher auch eben dieses Wort kommt, wodurch sie in die Gilde aufgenommen wird, als eine von zwei Frauen. Oh, immer dieser scheiß Emanzen! Jetzt wirst du dir denken, aber Vero, wenn es dieses Bild noch gibt und sie so eindeutig selbst drauf zu sehen ist, wie kann es sein, dass sie als Malerin in Vergessenheit geraten ist? Ja, Vero, wenn es dieses Bild gibt und man so eindeutig drauf sieht, dass sie da abgebildet ist, wie kann es denn sein, dass sie in Vergessenheit geraten ist? Und zwar wird dieses Bild, obwohl sie sich selbst als Malerin abbildet, lange Zeit Franz Hals zugeschrieben. Alter! Wer ist das? Obviously auch ein Maler, der gleichzeitig mit ihr lebte. Er hatte einen sehr, sehr ähnlichen Stil wie sie, war auch in der Gilde, eine Generation älter als Judith. Und die zwei hatten wohl eine recht spannende Beziehung zueinander. Lange hat man geglaubt, er wäre ihr Lehrer gewesen. Dazu gibt es aber null Belege, also wissen wir nicht. Es ist möglich, dass sie ein Arbeitsverhältnis zueinander hatten. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig beeinflusst und inspiriert. Jedenfalls war ihr Stil wirklich unheimlich ähnlich. Sie waren vielleicht auch mehr so Frenemies, also hatten so eine spannende Rivalität. Frenemies, das Wort kannte ich noch nicht. Dieses Wort jetzt zu kennen erleichtert mein Leben ungemein. Bitte, na schau, also wenn du schon sonst nichts mitträgst von diesem Podcast, habe ich dich zumindest... Sonst nehme ich nichts mit von dieser Folge. Genau. Na, servus. Also zurück zu Franz Hals, dem Frenemy. Seine Eltern kamen übrigens auch von Antwerpen nach Haarlem. Also eine Gemeinsamkeit, die die beiden hätte verbinden können. Er war ihr Alters- und Karriere technisch aber voraus. Und schon unheimlich beliebt, galt als einer der wichtigsten und besten Künstler seiner Zeit. Wobei er es auch nicht immer easy hatte, weil seine erste Frau und das Kind relativ früh verstorben sind. Und im Nachhinein behauptet wurde, er hätte die beiden verprügelt oder hätte seine Frau geprügelt. Turns out, es gab zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt einen anderen Franz Hals, der so ein ziemliches Arschloch war. Unser Franz Hals hat das aber zumindest nicht getan. Er ist aber mehrmals vor Gericht gezerrt worden von seinem Schuster und von irgendwelchen anderen Menschen in seinem sozialen Umfeld. Also der hat auch einiges Wildes durchgemacht. Wir konzentrieren uns aber auf Judith. Judith war einerseits die Taufpatin seiner Tochter, ungefähr zur selben Zeit, als sie auch in die Gilde aufgenommen wurde. Und andererseits hatten sich die beiden aber auch einmal ziemlich zerfetzt. Und zwar hatte Judith sich später schon als Malerin etabliert gehabt und war dann eben schon in der Gilde aufgenommen. Hatte drei männliche Lehrlinge, das auch zur Normalität gehörte. Und die hat sie aber nicht sofort bei der Gilde angemeldet, was sie hätte tun sollen. Aber einer dieser Lehrlinge, ein Willem Wouders, hatte bei ihr angefangen. Und dann ist er nach drei bis vier Tagen einfach zu Franz Hals übergelaufen. Oh, Alter. Und daraufhin hat die Judith bei der Gilde geklagt, weil sie auch kein Lehrgeld von seiner Familie erhalten hatte. Also sie hätte eigentlich dafür Geld kassieren sollen, dass sie den Willem ausbildet. Und weil Franz Hals sein Maximum an Lehrlingen auch schon erreicht gehabt hat, hat sie dann auch Recht bekommen. Meine Fresse, die war aber mutig. Im Endeffekt war es dann so, dass die Mutter des Lehrlings Judith und Franz auch, also alle drei, mussten Strafe zahlen, weil sie eben alle nicht korrekt dieser Prozedur gefolgt sind. Und sie hat ihre Lehrlinge nicht rechtzeitig angemeldet. Er hat sich zu viele Lehrlinge aufgenommen, hat nicht abgemeldet und so weiter und so fort. Und die Familie von einem Lehrling hat kein Geld gezahlt gehabt. Und dann hat sie eben Geld dafür kassiert und das ist eben noch dokumentiert. Die KünstlerInnen und die Bürokratie. Ja. Ob sich jetzt die Beziehung zwischen Judith und Franz nach diesem Streit wieder normalisiert hatte, beziehungsweise ob es eine harmonische Beziehung war, da kann man natürlich nur spekulieren. Bevor dieser gerichtliche Streit bei der Gilde über die Bühne lief, war aber auf jeden Fall noch ein anderer Mann und Maler wichtiger Bestandteil von Judiths Leben. Hallo, schöne Frau. Jan Molinar, den sie 1636 in Haarlem heiratete. Sie war, wie wir wissen, zu diesem Zeitpunkt halbwegs erfolgreich. Jan Molinar war aber doch noch etwas erfolgreicher. Und jetzt macht ihre Karriere offensichtlich auch einen Wendepunkt, weil auf einmal kaum mehr Arbeiten von ihr entstehen. Jetzt könnte man meinen, ja, als verheiratete Frau sah sie sich jetzt gezwungen, hinter den Herd oder zur Kindererziehung zu verschwinden. Oder vielleicht hat sie sich das auch so ausgesucht. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die beiden gemeinsam eine ökonomische Entscheidung getroffen hatten. Gemeinsam an Bildern gemalt und gearbeitet und diese dann unter Molinars Namen verkauft hatten. Einfach, weil sie es wussten, es bringt mehr Geld, dann soll halt der Jan seinen Kraxen drunter machen. Es ist aber auf jeden Fall nicht so, dass sie komplett aufgehört hatte zu malen. Es sind Bilder von ihr erhalten, die auch noch nach dieser Zeit zurückdatiert werden. Das Paar ist relativ frisch vermehlt und zieht jetzt nach Amsterdam und wollte dort auch in die Amsterdamer Gilde. Dort wurden sie aber nicht aufgenommen, also mussten sie anders zu Geld kommen. Sie tauschten Gemälde, auch oft gegen Güter ein und außerdem investierten sie in Immobilien. Immer gescheit, ja? Ja, immer gescheit. Sie kauften Häuser mit Bargeld und dem Versprechen, Bilder zu liefern. Diese Häuser vermieteten sie dann weiter gegen Cash und die Bilder hatten sie aber auch nicht immer dann nachgeliefert oder abgeliefert. Aha. Ein Autor namens Theodor Srevel schreibt in seiner Geschichte über Haarlem, es gab dort auch erfahrene Malerinnen, die in unserer Zeit noch bekannt sind und die man mit Männern vergleichen kann. Eine im Besonderen, Judith Leister, der Leitstern. Sie ist die Frau von Molinar, ebenfalls Maler, der in Haarlem geboren wurde und jetzt wohlbekannt in Amsterdam ist. Also da macht er sogar eine Art Wortwitz mit ihrem Namen, Leister oder Leistar oder Lodestar, was so viel heißt eben wie Leitstern. Ah, okay, ja. Sie gilt als der Guiding Star, der Rising Star für die Malerwelt. Judith unterschreibt ihre Bilder auch auf eine unverkennbare Weise, also mit so einem J und einem L, mit ihrem Vor- und Nachnamen und mit so einem Stern dazu. Also sie bedient sich auch dieser Leitstern-Idee. Also irgendwie läuft es jetzt, aber es kommt jetzt doch zu einem etwas traurigeren Part in ihrem Leben. Judith hat fünf Kinder auf die Welt gebracht, von diesen fünf haben aber nur zwei überlebt und nur ihre Tochter ist überhaupt erwachsen geworden. Und das wird natürlich auch oft nicht in einer Biografie mit hineingelesen, zu Beginn, wenn man sowas rekonstruiert, dass sie vielleicht nicht der Malerei einfach den Rücken kehren wollte oder sich um den Haushalt kümmern sollte, sondern dass sie vielleicht auch die Zeit zum Verarbeiten dieser Trauma brauchte. Also das muss man natürlich auch irgendwie mit berücksichtigen. Sie hat viel ihrer eigenen Kinder sterben sehen und weitere, etwaige Fehlgeburten sind ja oft gar nicht dokumentiert worden zu dieser Zeit. Wobei das damals ja auch, wie heute auch noch oft, zur Norm gehörte. Ich kann mir irgendwie auch denken, dass das Bild, von dem ich ganz am Anfang gesprochen hatte, dieses düstere Thema mit dem Mädchen, das da sitzt und sich vehement gegen diesen Mann wehrt, der also wirklich so ein bisschen grimmig ihr zu nahe kommt und dir dieses Geld anbietet, dass sie da irgendwo auch als Mutter einer Tochter nochmal eine ganz andere Bedeutungsebene in diesem Bild sieht oder gesehen hatte. Weil es ja doch nochmal diese unmoralischen Angebote, und du da ja trotzdem nochmal für deine Tochter nochmal anders siehst und nochmal andere Blickwinkel drauf hast. Voll, ja. Wir haben einen weiteren Beweis, dass Judith Leister weitergemalt hatte. Und zwar gibt es ein Bild einer Tulpe, sehr niederländisch. Tulpen aus Amsterdam. Und zwar hat sie diese Tulpe gemalt im gleichen Jahr der Geburt ihrer Tochter Helena, die ja auch älter wurde und überlebte. Helena hat übrigens ihre ersten Kinder auch nach ihren Eltern benannt. Ah, ja. Also hoffentlich, wünschenswerterweise hatten die auch eine enge Beziehung zueinander. Ja. Jetzt müssen wir wieder einen relativ großen Sprung machen, denn das nächste belegte Dokument ist leider auch schon 1660 der Beleg der Verbrennung von Judith Leisters Körper. Also es hat schon mit ihrem Tod zu tun. Ja. Sie ist auch nicht sonderlich alt geworden, also so um die 50. Nach ihrem und Jans Tod, also ihr Mann, wurde das Inventar ihres Ateliers festgehalten. Einerseits ist erwähnenswert, dass man ein Porträt der beiden gefunden hat, das wohl Franz Hals gemalt hatte. Aha. Also da gibt es die Möglichkeit einerseits, dass das Porträt noch vor dem Streit entstanden ist, also irgendwie so als Hochzeitsgeschenk oder sonst was. Dann andererseits, dass Franz Hals Junior, also der Sohn von Franz Hals, das gemalt hatte. Oder, und das wäre doch ein schönes Happy End, dass sie sich nach dem Streit wieder vertragen und gegenseitig gemalt hatten. Ja. Genau. Also das gab es schon auch noch. Und was eben noch erwähnenswert ist, zu diesem Inventar habe ich noch eine ganz wichtige Info für dich. Echt? Alle Bilder wurden entweder Jan Molenaar, Franz Hals oder der Frau von Jan Molenaar zugeschrieben. Also Judith Leisters Name fällt weg. Sie ist maximal als die Frau des Malers der Tiers oder eben als Frau Molenaar. Ich glaube, es wird nicht mehr. Und so kommt es eben, dass sie 250 Jahre in Vergessenheit gerät, bis es zu einem Skandal kommt, in den der Louvre sogar involviert ist. Tan, tan, tan. Ja, ich liebe Skandale. 1893 kauft der Louvre ein Bild vom berühmten Maler Franz Hals für einen Haufen Geld. Das weiß man nicht mehr, wie viel, aber es war sicher ein Haufen Geld. Denn sogar Van Gogh hat sein freies Pindelwerk bewundert, war eben auch sehr frei und lustig und hat eben die Leute so in seine Bilder eingeladen. Ich habe vorhin schon erwähnt, sehr ähnlicher Malstil. Ja, ja. Du weißt schon, was passieren wird. Und als das Bild in London war, hat ein Herr de Chorz so einen Kraxen entdeckt. Ja, der Kraxen. Entschuldigung. Ein Monogramm, um es schöner auszudrücken. Und er denkt sich, Alter, das habe ich da irgendwo schon mal gesehen. Ja. Wie ist das? Ja, das ist ja der Kraxen von Judith Leister. Ah. Und der Kunsthändler, der das Bild gekauft hatte, verklagt jetzt den anderen Kunsthändler, den anderen Dealer, der das Bild verkauft hatte, vor einem Londoner Gericht. Und zwar vor einem Gericht, das das Bild nie gesehen hatte und auch noch nie den Namen von Judith Leister gehört hatte. Das war alles irgendwie sehr wild. Turns out, der ganze Prozess war ein Scan. Die Art-Dealer wollten einfach mehr Publicity, weil sie irgendwie relativ new to the game waren. Aber es hat dann eben dazu geführt, dass de Chorz, weil er dieses Monogramm öfters wo gefunden hatte, weitere sieben Bilder als Leistersbilder enthüllte. Ja. Und das eben zu einer Wiederentdeckung dieser verlorenen Künstlerin führte. Ah, super. Genau. Mittlerweile kennen wir um die 35 Bilder von ihr. Ja, okay, cool. Das ist auch irgendwie aus seiner Zeit dann irgendwie gewesen, wo es geheißen hat, weil das Bild so toll und so schön war, kann das ja nicht von einer Frau stammen. Also Frauenkunst oder das Frauenhandwerk, denen wurde eben mehr so Sticken, Textilarbeiten, diese Sachen zugeschrieben. Getöpferte Sachen und deswegen ist es auch schwieriger, Künstlerinnen aus dieser Zeit zu finden. Das hat sie auf jeden Fall gegeben. Aber das Malen war eben ein klassischer Männerberuf. Und wenn du als Frau Malerin wurdest, hast du eben eher Stillleben gezeichnet, gemalt. Und hattest, wenn, dann auch einen berühmten malerischen Vater. Ja. Malerisch. Einen malerischen Vater. Einen malenden Vater. Wie sie und Daddy, der Malerische. Der Malerische. Wobei ich mir dann auch immer denke, wenn Handarbeiten ein Männerfach gewesen wäre, dann wären heute die Museen wahrscheinlich voll mit Handarbeiten und nicht mit Gemälden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich darf dir abschließend jetzt noch ein besonderes Bild vorstellen. Ja. Ich mag es ja ein bisschen morbider. Ach was. Dieses Bild nennt sich der letzte Tropfen. Ja, super. Boah. Magst du wieder beschreiben, weil es dir vorhin so Spaß gemacht hat? Ja. Es ist wie beim ersten Bild auch. Es ist immer so diese Lichtgebung, ist auch immer so geil. Also es ist irgendwie ein relativ dunkles Bild. Und damit der wohl auch irgendwie so ein Kerzenlicht oder irgendwas so schöne Schatten wirft und so gewisse Sachen erhält. Also es sind drei Figuren zu sehen auf dem Bild. Im Vordergrund zwei Männer, die da wohl sehr exzessiv feiern. Also der eine kippt sich da gerade eine Boxbeutelflasche hinein mit schicken blauen Samthosen und der andere in einem sehr auffälligen roten Anzug, in einer roten Kombination. Da hat das so eine Pfeife in der Hand. Also der ist da auch irgendwo an einem Becher. Also der raucht. Also es wird geraucht und gesoffen. Und gesoffen. Und es schaut auch so ein bisschen so, also schaut schon feuchtfröhlich aus mit ausladenden Bewegungen. Großer Gestik schaut ein bisschen nach Tanzen fast aus. Und im Hintergrund steht ein Skelett. Ich würde mal sagen, der Tod. Richtig interpretiert, ja. Der Tod, der als Skelett auch nochmal einen Totenschädel in der Hand hält. Und der schaut auch so ganz neugierig dem Boxbeutelflaschen-Trinker so ins Gesicht, wie lange er es denn wohl noch macht. Das ist auch spannend, weil die Niederlande waren religiös tolerant zu der Zeit. Aber Rauchen und Trinken war was extrem Verpöntes. Also das ist eigentlich was gewesen, das überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert worden ist. Natürlich hat jeder gemacht, aber es war nicht akzeptiert. Und Judith Leister hat das eben gemalt. Und was zu diesem Tod, der so von hinten hereinguckt und ihnen zusieht, wie sie sich langsam wegschießen, noch spannend ist, ist, dass dieser Tod ganz lange nicht auf diesem Bild zu sehen war. Ja. Weil vermutlich ein Art-Dealer, ein Kunsthändler, dieses Bild mal in seinem Inventar hatte und sich gedacht hat, ich kann das nicht verkaufen, wenn da irgendwie ein Tod auf diesem Bild drauf ist. Das hängt sich doch keiner ins Wohnzimmer. Das hängt sich doch keiner ins Wohnzimmer und hat das schlicht und einfach übermalt. Die beiden Figuren interagieren ja auch überhaupt nicht mit dem Tod, sondern der schaut ja nur so über die Schulter. Genau, die merken den noch gar nicht. Genau, die bemerken den gar nicht. Und deswegen hat das auch ganz gut funktioniert. Ja. Aus seinem Bein, aus seinem Skelettbein ist so ein kleines Tischchen gemacht worden, wo dann eben eine Kerze drauf stand. Na, Servus. Ja, wild, was so über die Jahrhunderte passiert mit diesen Bildern. Und wild, dass eben eine fantastische Malerin, eine der besten Malerinnen dieser Zeit, so in Vergessenheit geraten konnte. Ja, ja, spannend, spannend. Für den zweiten Teil werden wir heute vielleicht an dieser Stelle auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir uns dem eher traurigen Part ihres Lebens zuwenden. Und zwar den Verlust von Kindern und damit eingeschlossen vorrangig auch den Verlust an noch nicht geborenen Kindern. Genauer genommen Fehlgeburten und Totgeburten. Uns geht es vor allem auch um Enttabuisierung. Wenn das ein Thema ist, das bei dir etwas auslösen kann, womit du zu kämpfen hattest oder hast, dann ist es vielleicht an dieser Stelle, sei es gesagt, entweder jetzt dann nicht mehr weiterhören oder mit jemandem gemeinsam anhören. Es könnte jetzt einfach dann dazu kommen, dass das Thema Gefühle auslöst. Es wird wahrscheinlich emotional werden, genau. Thema Fehlgeburt, Missgeburt, Totgeburt ist ein schweres, ein leidvolles, aber auch ein komplett normales. Ganz klar einfach mal die Fakten, was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen Fehlgeburt und Totgeburt und wie normal ist denn das Ganze überhaupt? Von einer Fehlgeburt oder einem Abort spricht man, wenn das Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche verstirbt oder abgeht beziehungsweise unter 500 Gramm wiegt. Also ganz häufig sind solche Abort- und Fehlgeburten einfach in den ersten drei Monaten. Das ist eben wirklich sehr, sehr häufig zu den Zahlen. Dazu kommen wir später noch. Es ist aber einfach das eine Phase, wo wahnsinnig große Entwicklungen passieren beim Embryo. Und das ist natürlich fehleranfällig einfach. Also wenn da sich die Eizelle nicht korrekt einnistet oder einfach da komplexe Entwicklungsschritte passieren und die irgendwie falsch verlaufen, ist das an und für sich, so böse das jetzt klingt, von der Natur aus schon auch ein Schutz, dass diese Kinder halt nicht überleben, schon so früh. Weil sie nicht lebensfähig wären. Weil sie nicht lebensfähig wären, genau. Und eben bei der Entwicklung von Organen oder so kann halt ganz leicht passieren, dass da irgendwas mit Chromosomen und so, dass da irgendetwas schief läuft. Von einer Totgeburt spricht man, wenn der Embryo nach der 24. Woche verstirbt oder ein Gewicht von über 500 Gramm hat. Wenn Frauen mehr als drei Fehlgeburten haben, dann kann man schon von einem habituellen Abort sprechen. Das betrifft allerdings jetzt nur ein bis drei Prozent der Frauen beziehungsweise der Paare. Davor wird auch nicht nach der Ursache gesucht. Also wenn das das erste Mal passiert, weil das auch irgendwie nochmal eine größere Zusatzbelastung dann auch einfach wäre. Wenn sich sowas aber häuft, muss man natürlich schon schauen, woran liegt das, dass das so vermehrt passiert. Es wird jetzt nicht bei jeder einzelnen Fehlgeburt geschaut, warum ist da eine Fehlgeburt passiert oder eine Totgeburt passiert. Allgemein kann man aber trotzdem von verschiedenen Risikofaktoren sprechen oder von Situationen, die so etwas vielleicht begünstigen. Ja, wobei man dazu sagen muss, das habe ich eben auch von einer Ärztin in einem Video auch gehört, und sie wird auch immer ganz oft gefragt, was kann ich machen, damit das nicht wieder passiert, was habe ich falsch gemacht und so weiter und so fort. Sie sagt, es ist so normal, es hat mit Schuld nichts zu tun. Also in den seltensten Fällen, ja, es gibt natürlich Faktoren, die das begünstigen, aber in Wirklichkeit hilft es erstens, dir nicht nach Schuld zu suchen und zweitens liegt es auch nicht jetzt daran, dass du dein Kleinkind über deinen Bauch rollen hast lassen oder dass du irgendwo zu schweres gehoben hast oder dass du gesprungen bist oder sonst was. Also davon kriegst du nicht gleich eine Fehlgeburt. Also es können die Schwangeren nichts dafür, wenn das passiert. Es kann aber auch wirklich einfach jede treffen, es kann jeder passieren, aber dann kann man sich zumindest irgendwie erklären, warum das passiert ist, weil sonst ist es halt komplett willkürlich. Man kommt halt sofort auch irgendwie in die Kontrolle rein und will das kontrollieren und will da irgendwie was reparieren. Und sie sagt da eben auch ganz klar, du musst nichts reparieren, weil du nicht kaputt bist. Das lernen, das finde ich super. Es löst halt sofort Tränen aus, also alle sofort anfangen zu kontrollieren und die Schuld bei sich selbst zu suchen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Risikofaktoren, die wir gerne auch erwähnen. Also beim Alter wird von Risiko ab dem hohen Alter von 35 gesprochen. Bis zum Alter von 34 ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt bei 15 Prozent. Zwischen 35 und 39 ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt dann schon bei 25 Prozent. Und bei einem Alter von 40 bis 50 ist diese Wahrscheinlichkeit laut diesen Zahlen, die ich da gefunden habe, schon bei 50 Prozent. Ja, die schmeltert ziemlich in die Höhe. Aber das heißt trotzdem, du hast immer noch eine Chance, dass du ein gesundes Kind bekommst. Auf jeden Fall. Und wenn du schwanger bist, bist du schwanger und wenn du einen Kinderwunsch hast und der erfüllt sich noch oder es gibt die Chance, dass sich der erfüllt. Natürlich tust du das und gehst mit dem nach. Aber eine 50-50-Chance ist halt schon auch bitter. Ja, es ist ja auch der Grund, warum so viele Frauen in unserem Alter irgendwie so einen Stress bekommen und Angst haben, ach Gott, wenn ich jetzt kein Kind bekomme, dann wird das nichts mehr oder dann kommt es krank zur Welt oder sonst was. Dann gibt es natürlich auch Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen. Wenn man eine gewisse Krankheit hat vor und während der Schwangerschaft, kann das natürlich ein Risikofaktor sein, der dazukommt. Veränderungen der Gebärmutter. Natürlich ist es sinnvoller, sich selbst mental und physisch gesund zu halten vor und während der Schwangerschaft. Also Alkohol, Drogen, Rauchen. Gut, aber dass halt irgendwie Alkohol und Drogenkonsum und Nikotinkonsum während der Schwangerschaft einfach absolut nicht ratsam ist, das kann man, glaube ich, einfach auch so stehen lassen. Wenn vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft ein Stressfaktor, der nicht zu verarbeiten ist oder wo du weißt, dass der dauerhaft ist, dass der aus deinem Umfeld einfließender Risikofaktor und Stressfaktor ist, mit dem du lange zu kämpfen hast und den du nicht beheben kannst mit einem Gespräch, dann ja. Aber wenn das jetzt so Stressmomente sind, wo du sagst, okay, ich habe ein soziales Umfeld mit Menschen, mit denen ich reden kann, ich habe ein soziales Umfeld, wo ich mich wohlfühlen kann, ich weiß, wenn ich mir mal einen Abend freinehmen kann, dann explodiert nicht gleich die Welt oder sonst was, dann ist es eigentlich nicht so ein Drama. Es ist halt wirklich nur, wenn das sowas dauerhaft belastet, das ist, das macht dich ja als Mensch krank, ob du schwanger bist oder nicht und darauf musst du natürlich aufpassen. Ja, ja. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Also, dass man da eben nicht selber dran schuld ist und wie die Vera auch schon gesagt hat, dass es eigentlich auch etwas Natürliches ist. Aber dafür sprechen halt auch die Zahlen. Es ist nämlich so, dass je nach Quelle jede fünfte beziehungsweise jede sechste schwangere Person betroffen ist. Da bin ich auch. Es ist so normal. Es ist wirklich jede fünfte Frau. Und ich weiß von meinem Umfeld von Frauen, die betroffen sind, die Fehlgeburten durchgemacht hatten, und es ist trotzdem noch nach wie vor so ein Thema, worüber man nicht gerne sprechen möchte. Oder wo du das Gefühl hast, da möchten die zu spüren, möchte ich darüber reden, möchte ich nicht darüber reden. Aber wenn das aus einem Schamgedanken herauskommt, möchte ich euch nur dazu motivieren, wenn ihr lieber darüber reden wolltet, dann tut das doch bitte. Ja, es ist auf jeden Fall noch immer sehr tabuisiert, einfach dieses Thema. Und ich kenne es jetzt sowohl aus der Recherchearbeit als auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass immer wieder beschrieben, dass wenn Frauen dann damit rausgehen und es erzählen, dass dann plötzlich ganz viele Frauen denen sagen, ja, ich hatte das auch, bei mir war das auch so. Und dann immer dieses so, ja, warum hast du nie darüber geredet? Und allein zu wissen, wie viele Frauen man vielleicht selber sogar kennt, die das durchgemacht haben, hilft auch, diesen eigenen Schmerz zu verarbeiten, mit dem man ansonsten einfach total isoliert ist. Wo man sich eben schuldig fühlt, mit dem man das auch mit niemandem teilen kann. Da ist auch dieses Thema, zu dem ich später noch kommen wollte, aber ich sage es einfach jetzt, dieses Thema, was zum Beispiel bei uns hierzulande ganz üblich ist, ist, dass man sagt es erst ab dem dritten Monat, dass man schwanger ist. Davor sagt man es irgendwie dem Partner, der Partnerin, vielleicht noch den Eltern, aber ansonsten hält man das geheim, weil einfach noch so viel passieren kann. Und man sagt so, ab dem dritten Monat ist es dann irgendwie fix, es kann noch immer was sein, aber ab der Zeit geht die Chance, also geht so die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt sehr stark zurück. Da ist man mal so aus dem Gröbsten raus. Und dann erst wird bei uns zulande davon geredet und man teilt es. Was natürlich den positiven Effekt hat, dass wenn wirklich was ist, man nicht dann jedem Einzelnen das nochmal erklären muss, der das vorher schon wusste. Und dann die Leute fragen, wie geht es dem Baby? Und dann muss man in blöden Situationen sagen, es gibt dieses Baby nicht mehr und wird immer wieder daran erinnert. Das ist natürlich das Positive daran. Das Negative ist aber halt dann trotzdem, wenn es dann zu einer Fehlgeburt kommt und du diesen Schmerzen, dieses Trauma einfach hast und niemand in deinem Umfeld weist davon, dann bist du alleine damit. Dann ist es eine verzückte Situation, weil wenn du es irgendwie vorher erzählst, dann musst du dich vor allem rechtfertigen. Wenn du es nicht erzählst, dann hast du halt irgendwie niemanden, der jetzt dafür Verständnis hat, dass du gerade vielleicht neben dir stehst und dass es dir gerade scheiße geht. Ja, ich habe da auch so eine Influencerin, eine YouTuberin gefunden, die das publik gemacht hatte, dass sie eine Fehlgeburt hatte und die eben auch gesagt hat, ich kann natürlich jetzt auch nur von mir sprechen, aber mir hat es extrem geholfen, dass ich darüber geredet habe. Das hat mir bei der Verarbeitung geholfen. Ich habe mit meiner Mama, mit meinen Geschwistern, mit meinen Kindern darüber gesprochen und sie hat gesagt, das hatte den Vorteil, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Heilungsprozess schneller gegangen ist, aber es hat dann natürlich auch ein Fass aufgemacht, weil ihre Kinder eben auch wussten, dass dieses Kind gestorben ist und dementsprechend wussten das dann quasi auf einmal die Eltern bei der Kita und die Eltern in der Schule und dann die nächsten Mütter und die nächsten und bla 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 und auf einmal wird sie dann halt von Personen, die sie gar nicht so gut kennt oder mit denen sie gar nicht so eng ist, sofort darauf angesprochen. Und sie hat aber irgendwie auch einen total schönen, positiven Effekt gehabt, weil du auf einmal diese Schwesternschaft, dieses Frauenhalten zusammen auf einmal so gespürt hast, weil so viele wildfremde Menschen, ob sie zugegangen sind und sie in den Arm nehmen wollten, gesagt haben, ich habe das gleich durchgemacht. Es war jetzt natürlich ihre Sicht der Dinge. Es ist etwas sehr Individuelles, wie du mit deinem Schmerz umgehst. Total, ja. Apropos Schmerz, vielleicht machen wir gleich mit den Schmerzen weiter. Ja. Je nachdem, wie weit du bist, kannst du es auf einmal abstoßen. Dementsprechend will man das auch nicht kleinreden, dass das höllische Schmerzen sind, eine Fehlgeburt zu haben. In den schlimmsten Fällen ist es auch so, dass du sie nicht auf einmal abstoßen kannst, sondern dass du das auf ein-, zweimal machen musst und dann im Nachhinein sogar ausschaben musst. Ausschaben musst, ein hässliches Wort. Ausrück wirklich ein hässliches Wort. Es kann immer sein, dass es zu einer Ausschabung kommen muss. Es muss halt immer kontrolliert werden, ob da noch irgendwie Gewebe zurückgeblieben ist, das eventuell irgendwie septisch werden könnte oder so. Aber meistens ist es so, dass es bei frühen Aborten wirklich so im Zuge einer Blutung natürlich alles abgeht. Es gibt aber eben auch diese inkompletten Fehlgeburten oder Missed Abortion mit Geweberesten. Und da kommt es dann eben zu dieser Ausschabung, die auch Curetage genannt wird. Das passiert dann unter Vollnarkose meist ambulant, wo die Frauen beschrieben haben, dass sie halt wirklich stundenlang da liegen und unter Schmerzen einfach bluten. Und das wirklich, also weiß ich nicht, sechs Stunden oder so dauert da. Oh Gott. Bei einer späten Fehlgeburt beziehungsweise bei einer Totgeburt kommt es dann halt auch dazu, und das stelle ich mir auch ganz, ganz entsetzlich vor, dass du das tote Kind auf natürlichem Weg noch gebären musst. Musst, ja. Und dass eventuell halt auch eingeleitet werden muss, wenn es nicht von selbst beginnt, die Wehen. Und danach bekommst du dann zusätzlich eine Curetage. Aber mit einer Curetage kannst du das dann zu dem Zeitpunkt alleine nicht mehr loswerden, sondern du musst da wirklich diesen ganzen, die Entbindung, die Schmerzen, die Wehen, das Gebären durchmachen, schon mit dem Wissen, dass das Kind keinen Herzschlag mehr hat. Ja. Das löst natürlich auch immense psychische Schmerzen bei dir aus, das ist klar. Ja. Zu den Symptomen vielleicht noch kurz etwas. Da ist es so, dass es eben entweder zu vaginalen Blutungen oder Krämpfen oder auch Wehen kommen kann. Das ist ein Indikator. Also wenn man das merkt, dann sollte man auf jeden Fall sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ist es immer schlau, zur Gynäkologin deines Vertrauens zu gehen und darüber zu sprechen und zu sagen, was passiert ist? Einfach nur um Nummer sicher zu gehen. Ja. Dass es eben oft gar nicht bemerkt wird, haben wir auch schon gesagt. Also dass es oft einfach, ja, dass es da überhaupt keine Symptome dann gibt. Ja, weil man gar nicht wusste, dass man schwanger war. Weil man gar nicht wusste, dass man schwanger war. Was auch ein Hinweis ist, dass es vielleicht dazu kommen könnte, ist das Nachlassen von schwangerschaftsbedingten Beschwerden. Das heißt also so mühsam und sagt, das ist, wenn einem jeden Morgen schlecht ist oder man Rückenschmerzen hat oder was da halt alles so mit reinspielt an Schwangerschaftssymptomen. Das gibt einem dann doch noch irgendwie so die gewisse Sicherheit von, da läuft alles richtig. Und wenn diese Symptome, ja, diese Symptome langsam abnehmen und weniger werden, könnte das einfach auch damit zu tun haben. Ja, das hat, darauf hat die Influencerin, von der ich vorhin gesprochen hatte, auch berichtet. Also die hat gemeint, so hat sie es bemerkt, dass auf einmal die Übelkeit weg war und sie gedacht hat, oh wow, Schwangerschaft ohne Übelkeit, das ist ja Wahnsinn und so. Ja. So und so oft gibt es dann aber auch, auch wenn man schon weiß, dass man schwanger ist, nicht wirklich Symptome und das wird dann erst bei den Schwangerschaftsuntersuchungen entdeckt. Also wenn dann beim Ultraschall oder so nach Herztönen gesucht wird oder so und dann keine mehr da sind. Ja. Was ich auch eine sehr, sehr spannende Frage fand von dem einen Video, das ich da gefunden hatte, an diese Gynäkologin, war die Frage, wann soll ich aufgeben? Sie macht das eigentlich auch recht empathisch, finde ich, weil sie sagt, du hörst dann auf, wenn du willst, wenn du nicht mehr kannst. Also sie meint, das ist meistens eine emotionale Entscheidung, die kommt, bevor man medizinisch was sagen muss. Und es ist eine mühsame Prozedur oft, aber wenn du dieses Risiko eingehen möchtest oder diese Prozedur durchmachen möchtest, dann ist es dein Körper. Das ist dein Körper, ganz klar. Es gibt ja auch immer wieder diesen Irrglauben, der wahrscheinlich einfach genauso wie, dass man als Frau Schuldgefühle hat, wenn man eine Fehlgeburt hat, da spielt das, glaube ich, einfach in die gleiche Richtung. Diesen Irrglauben von, ach, dann mein Partner und ich oder für den Mann meine Partnerin und ich sind dann vielleicht genetisch nicht kompatibel oder unsere Gene passen nicht und deshalb kommt kein gesundes Kind zustande. Das scheint etwas, was auch dann Paaren oft in den Sinn kommt, wenn sie so etwas durchmachen und auch da ist es eben so, also wenn es dann zu habituellen Aborten kommt, das heißt, wenn es wirklich öfter passiert, dann kann man das auch untersuchen. Es betrifft aber tatsächlich dann nur zwei bis drei Prozent der Paare in den meisten Fällen, sich einfach nicht stressen lassen. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Partner und du nicht kompatibel sind oder so. Der schätze ich vielleicht gar nicht dran. Was ich auch noch in dem Atemzug auch gleich noch irgendwie festhalten möchte, ist, dass Fehlgeburten und Totgeburten natürlich auch etwas sind, was auch Männer belastet und betrifft und auch bei denen Trauma und Schmerz auslösen kann. Weil genauso wie eine Frau schwanger ist, aber nachher keine Mutter ist, ist auch ein Mann, der sich schon in der Vaterschaft sieht oder da eine Schwangerschaft begleitet, dann plötzlich doch kein Vater. Na, kannst du vorstellen. Ich möchte an dieser Stelle jetzt auch noch auf eine Initiative hinweisen, das ist die Selbsthilfegruppe Regenbogen, die gibt es in Österreich auf jeden Fall. Das ist eben eine Selbsthilfegruppe von betroffenen Eltern oder eben Menschen, die, Männer wie Frauen, die Fehlgeburt, Totgeburt hatten, auch Leute, die eine Abtreibung hatten. Also auch, wo es freiwillig gewählt ist, aber trotzdem, die einfach da Hilfe und Unterstützung anbieten für Leute, die in Krankenhäusern zum Beispiel sind und das erleben oder die sich einfach nachher bei denen melden, um an deren Selbsthilfegruppen teilzunehmen. Die haben eben einerseits diese ganz klassischen Gesprächsgruppen, die haben aber auch zum Beispiel in allen Krankenhäusern Infomappen hinterlassen für den Fall, dass man eben mit einer Fehlgeburt oder mit einer Totgeburt im Krankenhaus ist. Die haben zum Beispiel diese Aktion Babykleidung, weil sie halt sagen, gerade oft, wenn man eine Totgeburt hat oder so, dann ist so das Letzte, woran man denkt, dass man dann irgendwie Babykleidung da hat und dieses Kind, wenn das dann irgendwie beigesetzt wird oder dass es dann irgendwie adäquat angezogen ist. Und da gibt es halt dann irgendwie ganz viele Leute aus diesem Verein, die da Sachen nähen und so in unterschiedlichen Größen, weil es kann auch einfach sehr klein sein, die Babys, die da dann da sind, die dann irgendwie da mit der Hand halt irgendwie Sachen nähen, damit dann vor Ort in den Krankenhäusern einfach auch was da ist, weil die Eltern zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht an sowas denken. Die haben sich auch sehr dafür eingesetzt, dass es Beisetzungsmöglichkeiten gibt. Am Wiener Zentralfriedhof zum Beispiel gibt es ab dem Jahr 2000 ein Grabfeld für Frühgeburten und ich glaube, dass Totgeburten auch einzeln beigesetzt werden können, aber es gibt auf jeden Fall bis zu einer gewissen Woche halt einfach dieses Grabfeld, dieses Gräberfeld und das ist einfach auch wichtig, dass die Eltern einen Platz haben, wo sie hingehen können und zu trauern. Und dein totes Kind zu begraben, je nachdem wie weit es war in der Schwangerschaftswoche, ist dann letztlich, glaube ich, egal, weil es mit deiner eigenen Empfindung zu tun hat und wenn du dich als Mutter gefühlt hast, dann darfst du das Kind begraben und betrauen, so viel du willst. Es ist auch voll okay zu sagen, ich habe mich eigentlich noch gar nicht mit dem Kind als Mutter identifiziert und brauche das eigentlich überhaupt nicht verarbeiten und da schämen sich dann wahrscheinlich auch wieder einige Mütter, dass sie sagen, ich habe auch eine Fehlgeburt, aber ich habe das irgendwie gar nicht so schlimm empfunden, bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Nein, bist du nicht. Bei manchen kommen einfach die Muttergefühle erst sehr viel später oder auch gar nicht und dementsprechend muss man halt einfach auf die eigene Psychohygiene aufpassen. Was brauche ich und wie kann ich einfach darüber hinwegkommen, wenn ich noch nicht darüber hinweg bin? Ein Punkt, der mir jetzt auch bei der Recherche aufgefallen ist, dass ich in Interviews, wo betroffene Frauen oder auch betroffene Paare über Fehlgeburten geredet haben, die dann oft gesagt haben, ja, ich kann jetzt darüber reden, ich bin jetzt auch darüber hinweg, so ein Stück weit. Das waren aber alles irgendwie Leute, wo sich danach der Kinderwunsch dann doch noch erfüllt hat und da stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn du eine Fehlgeburt hattest und es dann danach nicht mehr zu einer Schwangerschaft kommt oder zu keiner Lebendgeburt kommt und sich dieser Kinderwunsch einfach nicht erfüllt, ich glaube, dass das dann auch nochmal irgendwie einen länger belastet. Es haben aber natürlich auch die Frauen, die zwar gesagt haben, sie haben das verarbeitet, trotzdem gesagt, es gibt noch immer Situationen, die sie triggern und das kann auch immer wieder sein, auch wenn man das Gefühl hat, man hat das verarbeitet und es ist in Ordnung, dass dann irgendein Auslöser wieder kommt, der einen da wieder dran erinnert. Ja, na klar, es ist halt trotzdem ein Verlust. Ja. Aber es ist ja irgendwo auch hoffnungsvoll, wenn du sagst, bei dir war es auch so, dass die meisten Frauen, die darüber berichtet haben, irgendwann zu Kindern gekommen sind, weil das ja eigentlich nur wieder bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein gesundes Kind auf die Welt zu bekommen, noch immer da ist. Und wenn du selber nicht schwanger wirst oder werden kannst oder es sehr schwerfällt, ein lebendes Kind auf die Welt zu bekommen, gibt es ja trotzdem nach wie vor noch andere Möglichkeiten, sich um Kinder zu sorgen. Aber man versteht natürlich auch, also mich hat das zum Beispiel voll getroffen bei Sex Education, hast du nie geschaut, die Serie? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich fand die ganz toll. Das ist eigentlich so eine Jugend- und Kinderserie. Mir hat sie einfach total gefallen und in der letzten Staffel, die jetzt rausgekommen ist, gab es eben auch eine Frau, die total getroffen war, weil sie sagt, sie versucht eben schon seit Jahren ein Kind zu bekommen. Und hat irgendwie das Gefühl, das Einzige, was ihr Körper können soll, das Einzige, wozu ein Frauenkörper da sein soll, tut er nichts. Ja. Habe ich da nicht sogar den Ausschnitt gesehen? Ich habe mal geteilt auf Vibes-Bilder, auf unserem Insta-Beitrag. Genau. Auf unserer Insta-Seite habe ich das gesehen. Richtig. Ich finde sowieso, dass das irgendwie ein Thema ist, das schon eigentlich viel mehr an Schulen und viel mehr in Bildung von Jugendlichen mit reinfließen sollte. Weil eben, dass es so häufig ist, dass es so normal ist, dass es part of the Fortpflanzung auch ist. Man weiß das nicht, man weiß das nicht, bis man selbst davon betroffen ist. Oder bis du irgendwie mitkriegst, ah, die eine Verwandte hat das auch mal durchgemacht, aber wollte nie drüber reden. Und deswegen sprechen wir das jetzt auch nie an. Genau, weil das ist halt irgendwie ein krasses Einzelschicksal. Und so fühlst du dich, wenn du das bei anderen siehst, so fühlst du dich, wenn du es bei dir selber hast. Und dass es einfach von klein auf irgendwie mehr normalisiert wird. Es ist ja allein so dieser Gedanke, dass irgendwie wir alle Frauen, die aufgeklärt werden von Teenager, Alter, immer gleich so, okay, du musst die Pille nehmen, du musst verhüten, benutzt immer ein Kondom, werd ja nicht schwanger, nicht zu jung schwanger werden. Das ist so dieses Hauptthema. Und was man so an Geld für Verhütung und so ausgibt im Laufe der Jahre, ist halt auch enorm, ohne dass dann irgendwie ein Bewusstsein da ist. Aber wenn ich aufhöre zu verhüten, vielleicht kann ich dann auch gar nicht schwanger werden. Oder vielleicht fällt es dann schwer. Und wenn ich schwanger werde, es kann so viel passieren. Das sind alles Sachen, die sind so tabuisiert, dass die irgendwie nicht so im kollektiven Bewusstsein, im Gedächtnis drinnen sind. Ja, stimmt. Und da gehören sie aber rein. Oh, immer dieser Scheiß im Ansten. Wie soll ich sagen, wenn man in den Medien mitbekommt, wie wird Fehlgeburt dargestellt? Oder wie sieht das aus? Oder wem passiert das? Dann sind das ja eigentlich immer so ganz tragische Leben. Also ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal in einem Film gesehen habe. Der hieß Candy mit Heath Ledger. Hast du den gesehen? Ich glaube, es ist sogar ein australischer Film. Die beiden sind heroinsüchtig. Verliebtes Paar. Und dann macht die, ist das die Abby Cornish? Müsste ich nachschauen. Aber die Hauptdarstellerin eben auch eine Fehlgeburt durch. Und da zeigen sie eben auch zum ersten Mal, wie dieses kleine, sie muss das eben auch gebären. Und obwohl sie halt wieder komplett clean ist, aber ihr Körper hat dann eben aufgrund der Heroinsucht schon so viel durchgemacht, dass das wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass das Kind irgendwie in dem Körper nicht überleben konnte. Ja, ich weiß nicht, es hat mich halt total getroffen als Jugendliche. Aber es hat nicht wirklich unbedingt dazu beigetragen, dass ich das als normal empfunden habe, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist halt bei Heroinsüchtigen. Das trifft die Schankies. Ja, richtig. Also das ist schon mal, sind wir schon bei den Empfehlungen gelandet. Ja. Ich kann noch dazu sagen, eine, die das total normalisiert und die das sogar humorvoll unterbreitet. Ein Buch, das ich gelesen habe von Ellie Wong, das sie an ihre zwei Töchter schreibt. Ellie Wong ist ein Comedian, ein amerikanischer Comedian, die für Fresh of the Boat geschrieben hatte und zwei ganz fantastische Stand-Ups auf Netflix hat, beide Male schwanger. Beide Male dreht sie hochschwanger auf und dadurch ist sie eigentlich weltberühmt geworden und im Nachhinein hat sie eben ein Buch geschrieben über den Weg, wie sie da hingekommen ist und wie oft sie eigentlich versucht hat, schon schwanger zu werden und wie oft das nicht geklappt hat, bevor sie eben ihre zwei Töchter auf die Welt gebracht hat. Das ist eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall weitergeben kann. Super, ja. Genau. Natürlich wollen wir auch die Bitches and Queens Playlist wieder mal befüttern. Ja. Ja. Als erstes ist mir natürlich eingefallen Tears in Heaven von Eric Clapton. Das ist ein Klassiker. Auf jeden Fall. Da besingt er ja den Tod seines Sohnes. Aber ich dachte mir, ich traue mich mal über was drüber, was ich noch nicht so gut kenne und habe recherchiert. Es gibt einige Lieder zum Thema Fehlgeburt. Ja. Genau. Es hat mich eigentlich überrascht, wie viele es eigentlich gibt dazu. Die meisten, muss ich dazu sagen, sind aber auch sehr, sehr kitschig und sehr auf die Tränendrüse auch gedrückt. Also ohne das jetzt irgendwie zu bewerten. Ich meine, es ist bewertet, aber ohne das jetzt zu... Nicht werten, aber es ist einfach sau kitschig. Es ist schon sehr kitschig. Ich habe mich jetzt aber für ein Lied entschieden, das heißt Spark und ist von Tori Amos. Sie besingt die Situation, ein Kind verloren zu haben. Sie singt, sie glaubte, sie hätte den, sie hätte ganze Gletscher wegschieben können, aber sie hat es nicht geschafft, ein Baby auf die Welt zu bringen. Also dieser Kampf und diese zerrissene Situation kommt da irgendwie, glaube ich, auch ganz gut rüber. Ja. Genau. Nehmen wir dieses Lied auch noch auf die, bitte sind Queens Playlist drauf. Übrigens, falls ihr noch immer nicht wisst, wo wir diese tolle Liste finden, dann klickt doch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal. Dann, wenn ihr dort seid, könnt ihr gleich mal uns abonnieren, uns liken, unsere Bilder liken und sich die tolle Artwork anschauen, die die Stefanie übrigens alles alleine bastelt. Und die mich immer zum Lachen bringen, wenn sie mir das neue Foto schickt, das neue Folgenfoto. Und da findet ihr auch unseren Linktree, wo auch die Bitches and Queens Playlist verlinkt ist. So ist es. Diesen Linktree gibt es eigentlich auch in eurem Podcast-Player, wenn ihr da auf den Link geht. Aber nichtsdestotrotz würden wir uns natürlich weiterhin freuen, wenn ihr euren Freunden, Verwandten, Verhassten, wem auch immer. Affären. Euren Affären. Genau, hört doch mal Weibsbilder zusammen mit euren Affären. Macht das so als, ist das beziehungstauglich? Ist da Beziehungsmaterial da? Je nach der Reaktion, wie eure Affäre auf Weibsbilder reagiert. Genau. Wenn er sagt, was ist denn das? Oder wenn er oder sie sagt, was ist denn das für ein Stars? Genau, nach dem One-Nine-Stand. Raushauen. Raushauen. Mit nassen Fetzen aus der Wohnung jagen. Der Tipp von Stefanie. Oder aus der Villa. Hört euch doch nach dem One-Nine-Stand mal eine Folge über Fehlgeburten an. Schaut, was es mit der Stimmung macht. Das ist immer passend. Wir finden viele sexy Themat da. Wir sind mittlerweile schon bei Folge 20 angekommen, oder? Es geht so schnell. Es geht so wahnsinnig flott. Genau, also empfiehlt uns weiter, abonniert uns, klickt den Like-Button auf Spotify und hinterlasst uns eine Apple-Bewertung. Und Sternchen. Und Sternchen und empfiehlt uns weiter und teilt den Link zu dieser Folge, zu unserem Podcast, was auch immer, weiter auf WhatsApp, auf wo auch immer ihr uns... In euren Telegram-Gruppen. Überall. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, weil ihr uns Feedback geben wollt, uns erloben oder schimpfen wollt, eure... Oder ein anderes Lied vorschlagen wollt. Genau, ein anderes Lied vorschlagen wollt, ein anderes Vibes-Bild vorschlagen wollt. Wir sind erreichbar einerseits, wie die Werbung schon gesagt hat, über Instagram, über die Direct Messages oder per Mail unter der Adresse info at vibesbilder-podcast.com. Wir freuen uns unheimlich über Post. Ja, total. Ja, wirklich, das hat jetzt so sarkastisch geklungen, aber ich freue mich wirklich. Ja, es ist super, wenn wir Feedback von euch bekommen. Ja, genau. Genau, genau, so ist es. Dann sind wir wieder mal am Ende der Folge angekommen. Ja. Ihr lieben Bitches und Kuns da draußen. Lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.